Der Immobilienratgeber wird Ihnen präsentiert von den Kantonalbanken aus der Zentralschweiz. Grüezi und herzlich willkommen beim Immobilienratgeber auf Ihrem Zentralschweizen Fernsehen. Ihr Traum eines Eigenheims kann schon bald in Erfüllung gehen. Suche nach den passenden Immobilien kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen. Die ideale Plattform ist sicher auch die Eigenheims von der Luzerner Kantonalbank. Sie finden am Freitag 14. und Samstag 15. auf der Luzerner Allmenn statt. In der heutigen Sendung ist Daniel Salzmann bei mir. Herr Salzmann ist Mitglied der Geschäftsleitung der Luzerner Kantonalbank. Herr Salzmann, als Kennerin des Immobilienmarkts- und Finanzierungsspezialistin führt die Luzerner Kantonalbank Ihre Eigenheims-Messe durch. Was genau kann man sich unter dieser Messe vorstellen? Die Eigenheims-Messe ist eine einzigartige Plattform für Immobiliensuchende und Immobilienanbieter. Sie verschafft einen repräsentativen Überblick über die aktuelle Situation am Luzerner Immobilienmarkt und wird bereits zum 16. Mal durchgeführt. Was zeichnet die Eigenheims-Messe besonders aus? Sicher einmal die grosse Anzahl an Objekte. Über 50 Aussteller bieten die Häuser und Wohnungen zum Kauf an. Eine solche Konzentration an Vergleichsmöglichkeiten und Informationen ist einzigartig. Können zukünftige Eigenheim-Besitzerinnen und Besitzer an der Messe berechnen lassen, wie viel sie ihr Eigenheim effektiv kosten? Ja, sehr gerne sogar. Finanzierungsberatungen der Luzerner Kantonalbank rund ins Dienstleistungsangebot ab. Acht Finanzierungsspezialisten berechnen diskreter Umgebung vor Ort die Tragbarkeit der Finanzierung und erklären die verschiedenen Hyperpekar-Angebote. So erfahren die Interessierte, wie viel sie ihr zukünftigen Eigenheim effektiv kostet und welches Finanzierungskonzept für sie in Frage kommt. Die Beratungen sind kostenlos und unverbindlich. Wie viel Zeit muss man sich für einen Besuch an der Messe einplanen? Circa eine Stunde für einen Rundgang und eine Finanzierungsberatung dauert ca. 45 Minuten. Und jetzt noch die letzte Frage. Was kostet ein Besuch an der Eigenheim-Messe? Ausser ein wenig Zeit nichts. Der Eintritt ist kostenlos. Zusätzlich offerieren wir eine kostenlose Kinderbetreuung vor Ort. Herr Schatzmann, herzlichen Dank für das Gespräch. Sollten Sie an der Messe Ihres Eigenheim nicht finden, dann schauen Sie auf www.immomarktzentralschweiz.ch, die Immobilienplattform von Ihrer Kantonalbank. Ich danke Ihnen für's Reinschauen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ade miteinander. Der Immobilienratgeber ist Ihnen präsentiert worden von den Kantonalbanken aus der Zentralschweiz. Ich danke Ihnen für's Reinschauen.